guten tag meine lieben leute hier ist wieder so ich mache meine stimme wieder ein bisschen runter hier und wir sind immer noch im cw wir haben noch 25 minuten und ich würde jetzt den sechsten gerne angreifen ich bin selber der fünfte und alles über mir die vier hatte ich ja angegriffen und drunter ja das den achten möchte ich noch für jemand anderen lassen und jetzt habe ich mir mal einfach vorgenommen den hier anzugreifen und gucken wir erstmal kurz rein wie mstone das reinknallt weil der ist eigentlich so auch ein richtig guter angreifer ok der ist von dort reingegangen und hat dann noch ein jump genutzt oder was nee nee ok warum der earthquake gut gucken wir mal was in der cb ist das wüsste ich gerne das war einfach ein bisschen sicher sein können was da uns erwartet schauen wir mal so da den jump gesetzt king jumped ok so standard kombo halt drago und ein bisschen was spaß in der tüte jetzt hier garantiert die problematischen teile da war die riesenbombe ah und dann aber ich würde mal fast sagen da hat der drache ganz schön gut gewirkt der ist ihm zum verhängnis geworden aber wie gesagt also nicht zu viele muss ich halt gucken also sprich den muss ich relativ schnell ausschalten würde ich fast sagen gehe ich doch von oben rein weil ich sehr sehr viele valkyren habe wenn ich natürlich die valkyren habe darf ich natürlich nicht da stehen und sagen ja dann schnapp die dir mal du kleiner drache da habe ich natürlich keinen bock drauf ok wenn die natürlich dann hier wieder rum hinlaufen dann zur tesla halt klar dann ist das natürlich auch nicht so schick ich hätte die halt schon so gerne hier so ich habe mir ein rage mitgenommen die anderen sagt noch nie kein hier kein hier bei den bei dem anderen angriff zuletzt wie gesagt ich sagte extra noch mal der inferno kann ja nur fünf ziele angreifen auf multi klar wenn natürlich dann beide inferno sind es natürlich zehn ziele klar aber da muss man dann auch wiederum abrechnen nicht jeder inferno hat hundertprozentig ein anderes ziel also manche fixieren ja auch beide das gleiche ziel also von daher hat er hier schon was gebracht aber ja ich würde mal sagen den nehme ich ich darf den golly nicht vergessen der golly würde auch reinlaufen wenn ich die mauer hier wegspläsche und der beschäftigt sich dann erst mal dann Magier hier außen ach kommt egal kommt Habe ich habe ich habe ich passt ich denke den sollte ich jetzt einfach mal angreifen hier man sollte auch nicht zu viel quatschen Schnauze sonst knallt's so hier haben wir einen golly und ich will auf jeden fall jetzt den den golly genau den würde ich gerne hier jetzt ah schade ich hätte mir gerne noch ein paar andere gelassen ja ist halt so so jetzt schnell und Und jetzt die balküren schnell rein bitte rein bitte rein bitte rein King healen Nochmal hier ich hoffe der war nicht total fehl So ja ok Townhall sollte down gehen genau das passt So und jetzt sollten wir da noch easy peasy die 50 also ganz locker die 50 prozent machen ganz klar Naja so ganz locker ist so eine sache war ja da haben wir die 50 ich will natürlich trotzdem nicht aufgeben logisch ja genau Hol dir die bauhütte du dumme sau genau gehe erst mal schön auf die bauhütte So ein vogelkind a sie queen manchmal würde ich auch sagen ich könnte ich ja einfach nur schlagen aber gut gehe halt einfach mal auf die bauhütte Mach dies Geh nicht über los sammeln nicht 70.000 euro ein ja ok also wie gesagt da der hätte noch besser gehen müssen auf jeden fall Ist halt nicht Die walküren kämpfen sich schon echt durch also ich habe da ein bisschen zu viel mit den hier gespammt bloß wenn ich den hier Vorne am anfang nicht gesetzt hätte wäre es eventuell gar nicht dazu gekommen also jetzt kann man natürlich auch nicht sagen Na ja hättest du immer den hier aufgehoben vielleicht hätte es die valküren dann gar nicht mehr gegeben Sehen wir aber gleich noch mal in meiner analyse Aber gibt schlimmeres auf jeden fall Alter hat sie den zu kommen ja genau den hast du die wenigstens noch weg gesnackt immerhin noch den einen stern mehr Jetzt gucken wir mal läuft endlich zu hause hatten Okay, so mit viel glück nein nee nee so viel glück hatten wir dann doch nicht aber ansonsten ist es vom cw her in ordnung gewesen Den sind wir am führen klar so passt Und jetzt müsste ich mal gucken nova hat nämlich glaube ich noch gar nicht angegriffen Ne der hat noch gar nicht mal gucken ob der noch was aus der trickkiste zaubert aber ansonsten bin ich damit schon echt zufrieden wir haben Gute dinger gehabt jetzt muss ich echt mal überlegen ob ich jetzt langsam wieder von den valküren ein bisschen weg gehe Und dann sage gut okay langsam wieder so ein bisschen queen walk mäßig mit schweinen in verbindung Ich glaube ja zumal die werden beim update doch eh wieder gefixt oder sind wir mal ehrlich Aber wenn ich natürlich Ich probiere trotzdem mal nach so viel Ist so ein bisschen ist so ein bisschen so eine umstellung wieder ne ich werde die wegnehmen Werde Aber die sind man na die der der vorteil an den valküren ist natürlich ganz klar dass ich dass die halt alles angreifen und nicht nur die dev Das ist halt der vorteil der ganz klare vorteil und dann genau dann lasst uns mal hier wieder so ein bisschen Queen walk mäßig aufstellen und dann Hauen wir hier noch ein paar Mauerbrecher rein und dann sollte das eine ganz nette kombo werden und dann wieder Rage und heal Rage und heal und dann wieder ein gift das ist dann wieder so die Strategie strategie dass ich auch mit dem dunklen wieder ein bisschen hochkomme weil das habe ich jetzt echt richtig runter gefahren Sag ich mal und das ist schon ein bisschen sehr krass So jetzt gucken wir mal ob wir hier noch eine richtig schöne Angriffssache haben ich liebe diese base Achso jetzt geht es nur um um die base halt vom layout dass man die knacken kann So sieht's aus ich ich summa schön rein Also ich habe ja schon mal gesagt die valküren sind natürlich jetzt ziemlich op Geiler heal gesetzt geiler heal Jetzt sind die anderen genau genau und werden da auch wieder schön Das ist auch echt krass was so eine valküre echt aushält Ich bin schon total total gespannt halt wirklich auf townhall 10 wirklich der bereich der Mich halt wirklich am meisten flash ist halt wirklich die 20 truppen mehr Das ist so eine sache wo ich sage alter verwalter Klar die truppen noch mal um einiges besser weil küre magier auf jeden fall Bin ich echt ja Bin ich wirklich gespannt was das so wird Hier habe ich mal raus egal Und dann passt das Mal schauen was wir hier noch haben Ob wir hier noch was finden weil klar nach dem update apropos update klar wie gesagt ich bin wirklich derjenige wenn man es halt wirklich direkt Direkt raushauen kann sage ich jetzt mal dass man geil in champ erst mal schön Ja stimmt zick zack ist ja champ 3 und schön erst mal in townhall 8er gefunden ist natürlich ziemlich nice Und Ja wie soll ich sagen Ja beim update wenn wenn man da halt wirklich der erste ist der dann wirklich Gerade wenn es rauskommt zum beispiel was macht oder sowas kein thema oder auch wenn es gerade geleakt wurde Was wie gesagt irgendwie jetzt so ein video rauszubringen Hey cool wie findet ihr das update wie findet ihr die sneak peeks und sowas ist einfach irgendwo quatsch Sowohl wie seht ihr das also das ist für mich das ist für mich dann wirklich irgendwo Klick hascherei also klar jeder youtuber möchte klicks haben da brauchen wir nicht drüber reden Klar finde ich es auch geil wenn ihr euren homies davon erzählt und sagt hey komm Guckt ihr das mal beim guso an wenn ich jetzt auf einmal 40k subs habe Bin ich der letzte der sagt was soll das nie will ich ja gar nicht ist doch ganz klar Aber ganz ehrlich irgendwie so ein thema was schon 20 mal erzählt wurde Ja und da wird jetzt die spielbalance noch mal geändert und Dann kann ich jemanden anderen aus meinem klaren angreifen was wir alle schon haben wollten Lichler hat sich dazu ja schon geäußert und Da Schrieben dann auch viele und sagten ja du hast es als unfair oder als schlecht dargestellt Bin ich genauso der meinung von euch in dem fall von denjenigen die gesagt haben nee sehe ich genau andersrum weil Wie ihr gesagt habt jeder kann diese möglichkeit nutzen und sagen gut okay ich baue Halt die base nach und gelass mich von einem kumpel angreifen und bis ich die eben getree start habe klar Kann ja jeder machen ist auch vollkommen richtig also von daher mit diesen freundschaftskämpfen finde ich mega mega nice Und ich lasse mich da einfach wirklich wieder voll überraschen muss ich bin halt eben auch der meinung die werden garantiert die Die Valkyren echt wieder so ein bisschen zurücksetzen und sagen gut okay das ist jetzt nicht so hier sehen wir wieder Bestes beispiel halt wirklich im rage die geschwindigkeit des Königs nimmt halt enorm zu Und das ziemlich geil also ich habe ballons gekriegt einwandfrei passt also wie gesagt dazu Kommt dann halt eben von mir kein extra video auch wenn es irgendwie mehr klicks geben würde Ansonsten Mauer technisch hatte ich ja in der letzten schon gesagt da war ich bei 18 und kurz danach muss ich sagen habe ich noch mal ein fight gemacht 17 sind es nämlich jetzt nur noch also das läuft und ich denke mal wirklich Ja ich werde mal bald das rathaus anstupsen Ich werde mal bald das rathaus anstupsen und dann wie gesagt wirklich wieder schön den queen walker Raushängen lassen den habe ich jetzt eine weile lang nicht gemacht aber es ging mir wirklich darum mit anderen truppen halt als sonst anzugreifen Einfach da zu gucken was geht da was schafft man da und so weiter und so fort Cw Grundsätzlich halt guckt euch an Wenn wir halt jetzt reinschauen mein klaren wir gucken in den kriegs lock rein bin ich echt wirklich 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 zufrieden echt also Ist echt cool Das ist enorm was guck mal hier so war halt wirklich standard Dann zack 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 schön gelust Und das ist echt schon cool. Das ist wirklich schon was wie gesagt Ich bin ja aber ich glaube das wisst ihr und das Seht ihr auch eben bei mir ich bin nicht der der sagt Oh guck mal hier wir haben sie alle weg gemacht hier zack 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 wie wir sind die allerbesten und das ist auch irgendwo Klar wenn man das mal so aus aus spaß sagt oder sowas ist das vollkommen in ordnung aber wir wissen halt wir sind nicht die Gangster ja also das ist halt so aber wenn man halt guckt und besser wird das ist doch eine geile nummer auf jeden fall Das soll es schon wieder gewesen sein ich werde jetzt haben wir es 1944 also am donnerstag 1944 Ich werde mich wirklich dazu überreden mit jeder menge cola Nochmal richtig was rauszuholen dass ich auch noch mal clash royale eventuell auf der reihe kriege Und dass ihr halt wirklich bis montag dann wieder free Neun Logischerweise free aber neuen darf eben zu sehen bekommt und dann soll das das gewesen sein zu viel werde ich aber auch nicht aufnehmen nicht dass dann das update kommt und ihr habt wieder Fünf folgen vor dem update obwohl das update schon raus war wisst ihr selber das macht auch nicht so wirklich viel sinn Das war's von mir ich hoffe es hat euch gefallen und dann haut immer rein ich wünsche euch was